Jeder Anwendungsfall erzeugt einen Nutzen für die Benutzer und Benutzerinnen des Systems, die wir mit Hilfe von Akteuren bzw. Akteurinnen modellieren. Diese interagieren sozusagen mit den Anwendungsfällen. Das stellen wir als eine Beziehung zwischen den Anwendungsfällen und den Akteuren bzw. Akteurinnen dar. Sehen wir uns das an. Sämtliche Akteurinnen stehen außerhalb des Systems. Das heißt, sie stehen außerhalb der definierten Systemgrenzen. Jedoch gilt, dass alle Akteurinnen mit dem System interagieren über die Anwendungsfälle, indem sie in sehr vielen Fällen aktiv das System benutzen. Es kann aber auch Akteurinnen geben, die vom System benutzt werden. Sehen wir uns hier Beispiele von Akteurinnen an, und auch Notationsmöglichkeiten. Nämlich die erste und üblichste Notationsform ist die des Strichmenschchens. Hier haben wir die Akteurin Student als Strichmenschchen. Wir könnten aber auch immer ein Rechteck mit dem Schlüsselwort Actor definieren, wie wir es hier für die Akteurin Professor gemacht haben. Wir könnten aber auch selbst definierte Symbole haben, wie hier für E-Mail-Server. Der E-Mail-Server kann auch ein Akteur sein und er wäre vielleicht einer, der vom System benutzt wird. Denken wir an ein E-Learning-System, das vielleicht auch E-Mails an die Teilnehmenden verschicken soll. Dann benutzt das zu entwickelnde E-Learning-System, das andere System E-Mail-Server, das dann als Akteur, Akteurin modelliert wird. Akteure, Akteurinnen werden durch Assoziationen mit den Anwendungsfällen verbunden. Das bedeutet, wenn man verbunden ist als Akteur, Akteurin mit einem Anwendungsfall, so kommuniziere ich mit dem System, um den Nutzen für diesen Anwendungsfall zu schaffen. Es gilt, jeder Akteur, jede Akteurin muss mit mindestens einem Anwendungsfall kommunizieren, denn wenn ich mit keinem kommuniziere, interagiere ich nicht mit dem System und dann bin ich auch kein Nutzer, keine Nutzerin des Systems. Die Assoziation zwischen Akteurin und Anwendungsfall ist binär und ich könnte auch Multiplizitäten dafür angeben. Akteurinnen repräsentieren die Rollen der Benutzer. Das heißt, es macht keinen Sinn, Christian Huemer als Akteur festzulegen, weil ich ja als Christian Huemer auch unterschiedliche Rollen spielen kann. Beispielsweise in dem Universitätssystem kann ich die Rolle des Studierenden und auch des Lehrenden einnehmen. Dementsprechend sind die Akteurinnen, Lehrende oder Studierende und nicht konkrete Personen. Wir haben gesagt, die Akteure selbst befinden sich klar außerhalb der Systemgrenzen, aber üblicherweise werde ich in meinem Informationssystem auch Daten über die Benutzerinnen verwalten. Und dafür gibt es eigene Klassen und für jede Benutzerin entsprechende Objekte im System. Sehen wir uns das hier an dem Beispiel einer Labübung an. Bei einer Labübung wird eine Aufgabe gestellt, die von 1 bis 3 Studierenden erledigt wird. Und dann gibt es den Anwendungsfall einer Prüfung für die Labübung. An der ist jedenfalls ein Assistant dabei und 1 bis 3 Studierende. Ich sehe hier, dass ich auch Multiplizitäten eben angeben kann bei der Zuordnung der Studierenden zum Anwendungsfall. Und Assistant als auch Student stehen außerhalb der Systemgrenzen. Jedoch wird es bei der Implementierung dieses Systems eine Klasse Assistant und eine Klasse Student geben, welche die entsprechenden Nutzerinnen Daten, Name, Matrikelnummer, Sozialversicherungsdaten eventuell bei den Assistants zusätzlich im System speichert. Akteurinnen können anhand verschiedener Kriterien klassifiziert werden. Am besten sieht man das anhand von Beispielen. Daher führe ich zuerst in die Beispiele ein. Wir haben einerseits das IT-System Student Administration. Da gibt es den Anwendungsfall einer Prüfungsankündigung. In diese ist eine Professorin involviert, aber auch ein E-Mail-Server, weil automatisch die Teilnehmenden der Lehrveranstaltung bei der Prüfungsankündigung informiert werden. Zudem haben wir das soziotechnische System einer Universität. Hier werden Prüfungen durchgeführt und an einer Prüfung nimmt eine Professorin und eine Studierende teil. Wir kommen zur Klassifikation. Die erste Art der Klassifikation ist die Unterscheidung zwischen menschlichen und nichtmenschlichen Akteurinnen. Das ist grundsätzlich einmal trivial, weil ich weiß, dass eine Professorin eine menschliche Akteurin ist, während der E-Mail-Server ein nichtmenschlicher Akteur ist. Sehr oft werden menschliche Akteurinnen als Strichmenschchen dargestellt, während nichtmenschliche Akteurinnen als eigenes Symbol oder als Rechteck dargestellt werden. Das ist jedoch beliebig austauschbar. Das heißt, ich könnte auch eine Professorin als Rechteck darstellen, genauso gut wie ich einen E-Mail-Server als Strichmenschchen darstellen könnte. Eine weitere Art der Klassifikation wäre die Unterscheidung zwischen primären und sekundären Akteurinnen. Die primären Akteurinnen sind die Hauptnutznießer in der Anwendung, während die sekundären Akteurinnen nur notwendig für das Funktionieren des Systems sind. In unserem Falle hier wäre die Professorin primär, sie wäre die Hauptnutznießerin in der Anwendung, während der E-Mail-Server nur für das Funktionieren des Systems notwendig ist und daher sekundär ist. Die dritte Art der Klassifikation wäre die Unterscheidung zwischen aktiven und passiven Akteurinnen. Die aktiven Akteurinnen stoßen einen Anwendungsfall an, während das die passiven Akteurinnen nicht machen. In unserem Beispiel wäre die Professorin aktiv, weil sie den Anwendungsfall anstößt, während der E-Mail-Server passiv ist und den Anwendungsfall nicht anstößt. Eine Prüfung wird hier ebenfalls durch die Professorin angestoßen, während die Studierende den Anwendungsfall nicht anstößt. Das heißt, die Studierende ist passiv, auch wenn sie in der Prüfung aktiv ist. Wichtig ist auch zu erkennen, dass die Klassifikation menschlich und nichtmenschlich sich auf die Akteure selbst beziehen. Das heißt, eine Professorin ist unabhängig vom Anwendungsfall immer menschlich und ein E-Mail-Server immer nichtmenschlich. Das ist jedoch anders bei der Unterscheidung von primären und sekundären Akteurinnen. Nämlich ein und dieselbe Akteurin kann bei einem Anwendungsfall primär und beim anderen sekundär sein. Hier dieses Beispiel. Die Professorin ist hier primär, während die Professorin hier sekundär ist. Daher ist diese Klassifikation eigentlich nicht ein Merkmal der Akteurin, sondern der Beziehung zu einem Anwendungsfall. Gleiches gilt bei der Unterscheidung zwischen aktiven und passiven Akteurinnen. Das heißt, ein und dieselbe Akteurin könnte in einem Anwendungsfall aktiv und im anderen Anwendungsfall passiv sein. Also ein Anwendungsfall beschreibt das Verhalten, das vom zu entwickelten System erwartet wird. Und das System ist die Summe seiner Anwendungsfälle. Und jeden Anwendungsfall stelle ich üblicherweise durch eine Ellipse dar. Es ist egal, ob Sie den Namen des Anwendungsfalls in die Ellipse schreiben oder unterhalb der Ellipse schreiben. Eine weitere Notationsform wäre ein Rechteck, wo in der rechten oberen Ecke eine Ellipse angegeben wird. Zusätzlich können Sie, wie bei jedem anderen UML-Element auch, eine Notiz dem Element, also dem Anwendungsfall, hinzufügen. Eine Beschreibung des Anwendungsfalls ist jedoch umfangreicher, wie wir später noch sehen werden. Also bis zu zwei Seiten. Die können Sie natürlich nicht in eine Notiz hinzufügen. Daher sollten Sie Notizen sparsam verwenden. Somit haben wir die wichtigsten Basiskonzepte des Anwendungsfalldiagramms kennengelernt. Nämlich den Anwendungsfall selbst, die Akteure und Beziehungen zwischen Akteuren und Anwendungsfällen. Aber es kann auch Beziehungen zwischen Anwendungsfällen geben. Darum geht es im nächsten Video. Anwendungsfall Anwendungsfall Anwendungsfall